Was ist passiert? Ich wollte Taten und hab mir die Knöchel verdreht. Ach, was sollen wir jetzt tun? Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Ich meine, bei der Blutmodenschau jetzt ist Pader, da der mich begleitet. Also wenn Sie aufgeben wollen. Wozu? Aber schieben Sie es nicht auf die Kinder. Was? Tun Sie nicht so einen Satz, das hab ich alle schon mal erlebt. Ich habe nicht vor, es im Wettbewerb aufzusteigen und schlage vor. Sie trainieren schon mal ihr welchen zu den zweiten Platz, denn ich will den großen Preis mitnehmen. Oh, wo ist Julius? Er ist noch am Arbeiten, oh warte, hol schnell Christian. Sie wollte mich holen, aber ich holte schon Tasche ein. Hey! Was? Du hast ihn geschafft. Hat ich dir doch gesagt. Als ich bei Tasche ankam, hatte ich nicht nur eine gute Figur, sondern ich sah auch Robert so richtig schlecht aussehen. Weißt du, meine Großbruder hat gesagt, du bist auch mal nicht so gut, ich bin mega, das ist eine versprechende Tätigkeit.